Sie ist wirklich ein Traum und wir haben sie gestern im Dunkeln anschauen können, weil wir noch kein Licht haben in der Küche. Deswegen ist es jetzt hell und wir zeigen sie euch. Macht Sinn, oder? Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir müssen ein bisschen leiser reden. Kind schläft, Stimme ist immer noch am Arsch. Oh ja, eine Ameise auf der Kamera. Weg, okay, sorry. Naja, die Zeit ist gekommen. Wir sind wieder in Dubai und ich kann es nicht fassen. Unsere Küche ist fertig. Ich spreche es einfach raus. Sie ist so wunderschön geworden. Wir lieben, lieben sie. Wir sind gestern Abend angekommen und die Kids sind im Auto auf dem Weg schon eingeschlafen. Wir haben sie hochgebracht und erstmal hier durchs Haus und alles angeschaut. Ja, jetzt sieht sie noch sehr steril aus. Ihr wisst ja, wenn man irgendwo in eine Wohnung zieht oder in ein Haus und da ist eine Küche drin, die sieht immer so tot aus ein bisschen. Weil es halt so steril ist, alles halt leer, Leben muss rein. Und ich mag das schon, wenn so Küchengeräte rumstehen, Toaster und alles so, lebendig halt. Diskutieren das eh nochmal. Aber vorweg wollen wir mal den Boden hier zeigen, weil da haben wir ja letztens ein bisschen zu viel. Achso, okay, dann machen wir hier erstmal ein Esszimmer, genau. Ich würde sagen, wir fangen erstmal hier im Esszimmer an, weil wir hatten das letzte Mal hier ein bisschen Probleme mit dem Boden. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert oder ob ihr unsere YouTube-Videos regelmäßig schaut. Falls nicht, du, 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 du. Okay. Ja. Das Problem, das wir hier hatten, war, dass die Fliesen nicht wirklich eben waren, sondern so überlappt teilweise und nicht eine schöne gerade Fläche. Und deswegen haben wir uns dazu entschlossen, es nochmal machen zu lassen. Du füllst die ganze Zeit meine tollen Füße. Hi, wo bist du? Hi. Also, der Boden wurde jetzt neu gemacht und hier ist jetzt alles fertig. Zeig deine Füße. Zeig sie her. Es sieht jetzt wirklich so schön aus. Wow, ich liebe diese Optik, wirklich. Und ich schwenke jetzt dann auch gleich in die Küche. Die ist nämlich gleich hier, da haben wir ja das Loch und dann gehen wir rein. Es sieht jetzt schon so schön aus. Gefällt dir unsere neue Küche, Mia? Ja? Ja. Ich sage euch, ich bin so glücklich und ihr könnt euch auf ganz viele Koch- und Backvideos freuen, denn die Küche, die lädt dazu ein. Und ihr habt ja die Küche schon gesehen auf einer Präsentation, die ich euch gezeigt habe. Und ich finde, die ist einfach genau so geworden. Wunderschön und modern, hell, gemütlich. Also, das erste Bild, wo du die Tür aufgemacht hast, ist schon geil, muss man schon sagen. Okay, wir fangen hier an. Alles zu geil, alles toll. Jetzt können wir alles reinstellen und sehen. Alles bis hin. Und hier noch eine schöne Bord. Stimmt. Eine Bord. Und ich wollte, dass wir nicht so viele Steckdosen so an den Wänden haben. Deswegen haben wir versucht, das so ein bisschen zu integrieren in die Küche. Hier haben wir jetzt zum Beispiel. Ich finde das so genial. Hier werde ich ja am meisten eh dann die Reels und YouTube-Videos drehen, wenn ich back und koche. Und erst dann kommen hier die Küchenmaschinen her und erst dann brauche ich das. Und ansonsten ist das dann halt einfach schön ordentlich und aufgeräumt. Finde ich ziemlich, ziemlich cool. Wir haben jetzt die drei Regale. Das seht ihr auch unten. Das wird dann beleuchtet. Aktuell geht es noch nicht, weil wir hier noch keine Lichtschalter haben. Da will ich ganz viel Deko haben. Unter anderem jetzt zum Beispiel meinen goldenen Cupcake und Deko. Wir müssen noch einkaufen gehen. Deko. Und dann wird das so vollgestellt. Ich will hier auch so eine richtig große Schale haben mit Obst und Gemüse. Aber so Fake-Obst und Gemüse. So richtig schönes. Weil wenn wir Obst und Gemüse da haben, dann ist es ja nicht so viel. Das ist dann die Menge, die wir verzehren. Und dann ist die ja nie voll. Eher leer. Verstehst du? Und nicht mehr so eine volle da oben. Das werde ich nicht verstehen. Warum hat man sich Fake-Obst und Gemüse mit sich gestellt? Ey, warum stellt man sich Fake-Pflanzen in die Wohnung oder ins Haus? Das Gleiche. Das ist ein Argument, okay? Ja, gewonnen. Und dass ihr mal das System hier versteht, was wir hier geplant haben. Dadurch, also früher war ja hier Kühlschrank und Gefriere. Und jetzt ist Kühlschrank und Gefriere hier. Genau, hier ist es jetzt. Genug Platz. Und hier unten dann Gefriere mit. Und das bringt Fachleute hier und hier einfach Eiswürfel. Das hatten wir vorher auch nicht. In Deutschland hatten wir das. Ja, und das ist jetzt kein Leitungswasser, sondern, ich weiß gar nicht, ob du es schon gesehen hast, Schatz. Das läuft mit Flaschenwasser. Genau, da kommt dann hier unten immer der Kanister rein. Und damit werden dann die Eiswürfel gemacht. Versteht ihr das vielleicht besser? Wenn ich hier stehe und YouTube-Videos drehe oder Reels zur Einsatz, habe ich einfach einen viel schöneren Hintergrund, als wenn der Kühlschrank und die Gefriere da hinten wären. Wisst ihr, was ich meine? Deswegen haben wir da hinten richtig schöne zwei Schränke, die dann auch beleuchtet sind. Und wenn die leuchten, dann sieht man dann auch die Dekoration da drin oder die Gläser, die Teller. Ich finde, das ist ziemlich schön. Wir schwenken jetzt auf die andere Seite der Küchengeräte. Oh ja. Ich sage euch, das war mir so wichtig, weiße Küchengeräte. Hier haben wir unseren Oven. Und dann stand natürlich wirklich überall Stauraum. Stauraum, Stauraum, Stauraum. Und hier auch richtig viel Stauraum über dem Herd. Und wir haben hier drumherum, das wollten wir unbedingt, dass das so ein freistehender Schrank ist, ringsherum der Stein. Und ihr seht schon, wir hatten hier vorher eigentlich eine Abzugshaube. Die ist jetzt weg, aber dafür haben wir sie hier. Ja, wie das alles funktioniert, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall haben wir jetzt ein Induktionsherd. Und ich habe gesagt, seit wir hier drin wohnen, habe ich gesagt, wenn wir das Haus kaufen, das Erste, was sich ändern will, ist der Herd. Weil wir hatten halt eine normale Herdblatte und ich war wirklich nicht happy. Und jetzt wird gekocht auf Next Level. Wir haben jetzt die Schalter, das ist in Buwalde Pflicht. Wir müssen alle Elektrogeräte, die wir hier im Haus haben, muss man an und aus machen können. Und deswegen denke ich, ja, da hat was gepiepst. Ja, schau, und dann können wir jetzt hier... Schau mal, hier kannst du Föhn einstellen und so. Ja. Krass. Okay. Wenn das funktioniert, ist geil, keine Ahnung. Ja. Ja, das ist auch einig. Und hier unten bläst du es raus. Guck mal, hier können wir jetzt nachher alles reinmachen, was wir so zum Kochen brauchen. Hier können wir dann die Töpfe und Pfannen reinmachen. Es ist wirklich... Also Schau, aber hier kann ich glaube ich mehr auf die Schöne. Hammer. Und dann ist hier die Spülmaschine. Leute, ich sag's euch ehrlich, die alte, die ist mir so auf den Zeichen gegangen. Die hat schon gar nicht mehr sauber gemacht. Ja, gut. Hier haben wir eine neue, die will funktionieren. Die hatten wir in München auch schon, die, gell? Ja, die gleiche, glaube ich. Und hier auch nochmal Stauraum. Überall Stauraum. Bloß der Mülleimer fehlt. Das weiß ich noch nicht, wie das so abläuft. Das müssen wir mal fragen. Hier haben wir noch einen zweiten Kühlschrank. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert. In der alten Küche hatten wir ja auch einen. So einen kleinen zusätzlich. Und das ist dann so der Getränkekühlschrank. Den haben wir jetzt auf der Seite hier genau. Also wenn wir mal zusammenzählt, haben wir ziemlich viele Kühlschränke hier im Haus. Aber die zwei nutzen wir eigentlich dann für Lebensmittel. Das ist der komplette Getränkekühlschrank. Und dann haben wir ja nach drüben den Kühlschrank. Das wird unser Kokosnusskühlschrank. Und da können wir dann auch so... Kokosnuss sind nicht mehr so viel Platz weg. Das ist wirklich krass. Da können wir dann auch so Dinge reinmachen. Weißt du? Riegel, Schokolade, Süßigkeit und so. Weil es wird hier im Haus auch ziemlich warm. Und dann kann man das da auch kalt stellen. Ja, und jetzt kommt die schöne Ecke. Der Schrank ist krass. Ein Apothekenschrank. War der andere nicht auch so groß? Ach ja, guck mal, wir haben ja jetzt unsere Küche immer bis ganz hoch bauen lassen. Die andere hat ja hier schon aufgehört, überall. Also das da oben ist alles übrigens fake. Oder? Das kann man nicht aufmachen. Gern mal auf. Geht gar nicht auf, gell? Nee. Das ist fake. Da kommt man aber eh nicht hier. Also du, dass du überhaupt hinkommst. Aber schau mal. Hier muss ich mal filmen von weiter weg. Dann sieht man mal, wie groß die Küche ist. Also guck mal, ich komme da. Guck mal. Immer noch. Ja, jetzt. Möchtest du einen Honig haben? Sarahs kleines Highlight. Eine eingebaute Kaffeemaschine. Ich muss dazu sagen, wir hatten in Deutschland auch schon eine eingebaute Kaffeemaschine. Wie viele Kaffee hast du da vorhin getrunken? Also wir hatten in der Hand, wir haben noch gelebt. Zwei Jahre. Ja. Ich habe gar keine Kaffeemaschine. Ja. Genau. Aber hey, jetzt hat sie sie wieder und vielleicht klappt es ja jetzt. Ja, ich werde jetzt mich da reinfuchsen und dann wird nur noch daraus Kaffee getrunken. Aber die andere behalte ich trotzdem mal, die kleine. Wer weiß. Kannst du mit in den Urlaub nehmen zum Traveln oder was? Ja. Hier noch so ein, wie heißt es? Wärme-Fach. Genau. Also wenn wir grillen oder kochen. Können wir das Fleisch schon mal warm legen oder sowas? Das nutzen wir tatsächlich sehr, sehr oft, gell? Zum Grillen, ja. Zum Grillen, das ist super praktisch beispielsweise. Ja, auch so, wenn wir da bei Essenssachen haben. Ja. Und wir was warmstellen müssen oder so. Ja, klar. Oder eine Nachspeise warmstellen oder so. Ja. Ist geil. Auf den wollte ich nicht verzichten. Jetzt ist das Einzige, was wir jetzt an Veränderungen haben. Oh ja. Der Waschbecken. Den haben wir jetzt auch mit dem Stein. Der Waschbecken oder das Waschbecken? Die Waschbecken. Nein. Okay, wir sagen einfach die Waschbecken, dann kann uns keiner was anhaben. Nein. Okay. Die Waschbecken. Nein, der Waschbecken, den haben wir. Das Waschbecken. Was ist denn mit dir? Warum das? Das Waschbecken. Ja. Das ist doch kein R. Okay, das Waschbecken. Echt? Ja, der Wasserhahn, das Waschbecken. Okay, das Waschbecken. Die Mülltonne. Das Waschbecken ist auch komplett mit dem Stein. Jetzt kannst du das reinschneiden. Doch, klar. Das lassen wir jetzt vollgas drinnen. Das ist der Armeite. Oh, hi. Ui, die lebt sogar noch. Okay. Ähm, haben wir auch jetzt komplett mit dem Stein. Und das wird noch verändert. Also, der Wasserhahn, der wird noch so bronze. Wasser verschwenden, bitte. Danke. Okay, komm, weiter geht's. Ähm, was ist es? Ähm, los geht's. Wird ein Rang. Ja, let's go. Ja, hier ist noch der andere Kühlschrank, den wir haben in der Service Kitchen. Und da seht ihr mal, wie viel Platz diese Kokosnüsse allein schon wegnehmen. Deswegen ist es schon praktisch, dass wir hier so viele Kühlschränke haben. Weil wir trinken die ja sehr oft. Also, ich trinke bestimmt so zwei, drei Kokosnüsse am Tag. Oh. Ey, vorsichtig, Schatz. Ich sag's dir. Ah. Ey, die habe ich ja kurz vorher noch gekauft, bevor die Küche eingebaut worden ist. Mach eins nach dem anderen, Schatz. Ich bin jetzt mal gespannt, ob das farblich so gut reinpasst. Ich guck mal, die andere noch. Ist schwer. Meine Küchenmaschine, meine KitchenAid. Ich weiß, dass die schwer ist. Ich finde diese Farbe so toll. Das ist übrigens die Farbe Pistazie. Ja, die kommen hier hin. Ich finde das immer so schön, wenn das alles draußen steht. Und hier haben wir extra ein Loch in die Arbeitsplatte machen lassen, dass wir da hinten... Da kommt noch ein Cover hin. Hä? Da kommt noch so ein Cover hin. Hat er gesagt? Ja, ja. Eigentlich schon, dass du wie so ein Besen hast, wo nur die Kabel dann... Ah, genau. Aber da kommen jetzt die Kabel rein, weil das ja immer da stehen bleibt. Und da unten wird es dann angesteckt. Genau. Perfekt passt das hier rein, auch farblich. Ja, das ist echt schön. Und hier in der Ecke steht jetzt schon wieder der Thermomix. Da ist mein Pokal von das große Bromibacken. Und der wird hier einen perfekten Platz finden. Stell dir mal da in die Mitte, Schatz. Oh ja. Oh. Und Kich ist eingerichtet. Was so ein bisschen Deko ausmacht. Auf jeden Fall fehlt hier noch ganz viel. Wir haben jetzt hier auf jeden Fall angefangen einzuräumen. Hier ist jetzt die Kinderschublade. Wir haben nämlich immer so Kindergeschirr. Und hier so Gummiteller für Keiler. Und hier haben wir jetzt die großen Teller rein und Schüsseln. Ja. Also es wird langsam. Hier habe ich jetzt die ganzen Gläser rein. Wenn da dann das Licht angeht, zieht man die dann so ein bisschen durch. Hier und hier die Tassen. Das ist eh so eine ultrasüße Tasse. Schaut mal. Die habe ich gemacht für meine Schwestis. Da bin ich. Natalie und Jennifer. Mit einem schönen Spruch. Sisters. Are we and forever we will be. Richtig süß. Das sieht jetzt so viel wohnlicher aus, wenn so ein bisschen was draußen steht. Ich mag das Ganze nicht so steril. Ich finde, es sieht viel lebendiger und wohnlicher aus. Wenn auch Sachen draußen stehen, wie jetzt auch so Flaschen und keine Ahnung was. Da ging es schon. Lass mal draußen. Klopp. Nein, schatz. Einfach ein bisschen Sauerei machen. Wohne. Nein, ich sage euch. Mach aber heute schon auf. Ich liebe diese Küche und ich freue mich jetzt auch die weiter einzurichten, aber jetzt wird das nichts mehr denn. Unser kleiner, kleines Mäuschen ist wach geworden und dann ist das alles nicht mehr so möglich. Jetzt gehen wir einkaufen, schauen, ob ihr noch ein bisschen Deko findet. Nein, da bin ich raus. Das müssen wir ohne mich machen, glaube ich. Ja, wir hoffen sehr, dass euch unsere neue Küche gefallen hat. Und auch dieses Video. Lasst auf jeden Fall ein Like da, ein Kommentar und ein Abo-Nummer und dann sehen wir uns die Tagevideos. Oh, dieser Move von dir war gerade richtig ungewohnt, aber egal. Tschau. Tschau.